Musik Alter Wir haben hier gar nichts von aufgeräumt Naja gut So, du siehst ja hässlich aus Kriegst gleich mal welche aufm Arsch Ach, ich mag Schwerter mit Rückschloss nicht Der Creeper natürlich sehr nützlich Aber so haben wir das jetzt eigentlich ziemlich versaut Beinahe zwei Diamanten im Arsch Aber das können wir ja noch retten, dank dem Ambus Den Rückschluss können wir zwar nicht wegmachen Aber wir können andere Sachen noch drauf machen Fügung des Schicksals, würde ich sagen Uiuiui, wie viele Testlinge hier noch rumstehen Äh, rumfliegen Vom Stehen tun sie ja nicht Naja, weiter abholzen Es ist Es ist schon irgendwie gecheatet Dass man dann weniger Ähm Äxte verbraucht, aber Naja, muss sehen wo man ist, ne So, was haben wir hier Verrottetes Fleisch Spinnenauge Oh, 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 oh Ein Pilzchen, das kann wohl weg Setzling können wir auch noch aufsammeln Und man hört das Plopp-Geräusch gar nicht mehr Naja, gut Weiter geht's So langsam Haben wir ja schon ganz schön arsch viel Holz Alter, da ist noch ein einzelner Baum, der einem im Gegend steht Wollte ich mal sagen Geht's mal ans Pflanzen Und währenddessen Musik aus Warte mal Ne, hat mich gegelt Ähm, was machen wir zuerst Pflanzen oder erstmal diesen Sand austauschen Ich glaube, den Sand austauschen wir wohl eher Dran Und ich würde mal sagen, sortieren wir mal Ach ne, Quatsch Hier können wir gar nicht auf Sortieren drücken, oder? Mehr Optionen Ach so, Sorti Cool Sieht schon etwas sortierter aus Nice Sache Ähm Was kann denn weg? Fäden können weg Und was nehmen wir dafür? Ach ja, wir wollten den Sand rausmachen So Das kann jetzt etwas Länger dauern Na, was heißt länger dauern? Äh Wir hätten uns die Sandtour sparen können Wenn wir hier noch eh alles Sand machen müssen Aber gut Können wir wieder bei das Weltall reden Waren schon interessanten Themen bei Da hab ich mit Hosti bis jetzt vorher auch noch nie drüber gesprochen Also ich fand's selber auch sehr interessant Muss ich gestehen doch Uiuiui Ist hier noch ganz schön viel Sand doch Also beim nächsten Mal Sandschippen Trosti ist mal wieder sehr willkommen Hat mir auch irgendwie Spaß gemacht Die ganze Zeit so mit ihm zu diskutieren Und so unter uns Es war auch Es war sehr lehrreich Uh Lehrreich Nein Lehrreiche Sachen können auch lustig sein Glaubt man kaum Ist aber so Aber auf die Schiene will ich gar nicht erst So, wir holen Uns jetzt erstmal mal Ein Stack voll Sand Währenddessen Nehmen wir nochmal das Gebäumele mit Und ich glaube Hier können wir es eigentlich Theoretisch so lassen So, wo haben wir denn Sand Hier drin Und Ne, Sand meinte ich gar nicht Erde Willst du mich verarschen? Perfekter Stack Ich bin gut So, und dann nehmen wir noch Ein Stack mit Denn wir brauchen Sind wir aber durch die Tür gelaufen Na Und weiter geht's Da liegen noch zwei Äpfel Und ein Ruckler Und noch ein Apfel Wie viele Äpfel haben wir denn jetzt schon wieder? 16 Stück Alter Schwede Wo ist denn? Ach da So, können wir erstmal so zukloppen Jaja, das mit der Maus Habe ich immer noch nicht beheben können Leider Aber das soll jetzt mal nicht weiter stehen So Jetzt natürlich grober Nachteil Dass wir jetzt wieder keinen Platz für Dingens haben Aber das soll ebenfalls nicht weiter stören Denn wir haben ja noch eine Menge Sand Oh man Das wird eine Sehr fricklige Show Sieht dann am Ende besser aus Wenn wir den ganzen Sand da tauschen Ganz bestimmt sieht's besser aus Ähm So Jetzt müssen wir den Sand da innen eigentlich auch noch tauschen Ah, das machen wir auch nochmal im Schnellen Ah, unter Wasser sieht's doch besser aus Also Ich mag das Wasser von Misa jetzt nicht so gerne Wie das von Honeyball Also von meine Kraft Ähm Aber naja Man kann an allem meckern Aber im Großen und Ganzen sind beide cool So Auch mein Lieblingswort Let's Play So Na komm So und jetzt zeig ich mal Jetzt müsste das erste Mal Vom Einsatz des Inventory Treex kommen Und zwar genau Jetzt Zack Neuer Stack Cool, wa? Ah So cool, dass ich schon wieder einen Hustner jetzt unterdrücken muss Aber das soll mal nicht weiter schlimm sein Ah Das schon Ui, das ist Das ist sehr, sehr frickelig Hallo? Da habe ich irgendeine unsichtbare Macht da gerade reingezogen War bestimmt Darth Vader Hat nichts besseres zu tun, als mich in ein Wasser zu ziehen Merkt man es eigentlich, dass ich hier gerade nachts um vier aufnehme? Ne, ne? Bestimmt nicht Merkt man es auch, dass ich Gerade keine Schaufel dabei habe? Ne, bestimmt nicht Merkt man es auch, dass mir diese Musik in Minecraft gerade Richtig Eine aufpeppende Wirkung gibt Ne, gar nicht So, hauen wir das einmal per Hand da weg Und holen uns dann eine neue Schaufel BZW Jetzt könnten wir eigentlich mal mit den Pflanzen beginnen Okay, noch keine zwei Stacks mit Setzlingen Aber es scheint weniger zu sein, als es aussieht Ne, mehr zu sein, als es aussieht So rum Und ich glaube wir fangen mal von vorne nach hinten an Und werden das schön zu, äh, schön dicht bauen Hier Und fangen wir hier an Flussufern hier an Oh, das wird cool So Alles schön dicht Und dann holen wir uns Graben wir uns da Machen wir uns da noch So einen Kleinen Waldweg rein Alles künstlich Den machen wir wieder weg Naja So Hier und da noch Da nicht Da aber Und da noch einen Und da noch einen Und hier Und dort Und da Und da Und da Und das stört auch keines Die ganze Zeit Hier und da sage Und hier Und da 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 Ja, geht mir langsam selber auf die Nerven Ach, Birken-Setzlinge Ähm Das ist doof, dass die Setzlinge sich Einfach nur was Setzlinge angeht Ge- Nehmen Obwohl das schon Änderungen was Eiche und Birke angeht Also auch Namensänderungen Sind aber trotzdem Von der ID Von der ID Eiche Äh Von der ID Setz Ruckel-Ruckel Setzling immer noch Vom Tweaken nehmen Schade eigentlich Dass sie das mittlerweile Nicht behoben haben Ich kann den Tweak schon vorher Aber ich hab ihn bis jetzt Noch nie installiert Reine Faulheit Aber jetzt war ich Letztens Da gestern Das müsste gestern gewesen sein Am Basteln Und dachte mir Ja, nehm mal fürs Let's Play Auch ein paar Mods Und da hab ich das halt so So Hier oben müssen natürlich Auch noch ein paar rein Dass hier schon die Viecher Überrum stehen Sperrt mal niemanden Wobei Was Viecher angeht Hier sind relativ wenige Ah ja, gut Diese komisch gefärbte Kuh Wird schon daran Erinnern Warum sind die eigentlich So wenige So Gleich Wenn wir pennen gehen Dann sind sie wieder alle voll Vielleicht haben sie Spawner Zahlen Oder Änderungen Noch ein bisschen Konfiguriert Keine Ahnung Soweit hab ich die Patchnotes Nicht gelesen So Noch 10 Setzlinge Ach Das ist schon eine Spinne Und ein Creeper Ja, ja, ja Nacht Hoffentlich können wir pennen Mit dem Skelett In der Im Gesicht Aber na gut Ist schon wieder hier irgendwas Im Haus Schön Schön Das Glas Ist fertig Freut mich Also hier Ist nix Müssen wir oben Wir müssen wir oben Wirklich aufräumen Nur damit wir hier unten Pennen können Das ist ja doof Na du Na komm Und tot Hoffentlich reicht das Sollte aber Hoffentlich reicht es wirklich Sollte aber Na ja Na ja mal gucken Nope reicht nicht Aber wo war denn hier noch irgendwas Ist das sonst nichts Oder hat sich irgendwas in die Küche verkrochen Hm Komisch Komisch Hier ist nix Hier ist nix Hier ist nix Hier ist nix Und wir sind Und wir sind Uns die Hose Zersplittert Scheiße Vielleicht ist was auf dem Dach Hm Na gut Gehen wir mal Eben mal ein bisschen Auf Die Jagd Also Wo seid ihr Viecher denn Du zum Beispiel Na komm